Die SFS Group mit Hauptsitz in Herbruck ist ein weltweit führendes Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme und Präzisionsformteile. Ihre Produkte kommen in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz, wie zum Beispiel in der Automobil-, Bau-, Elektro- oder Luftfahrtindustrie, aber auch in der Medizinaltechnik. Die globale Aufstellung und die hohe IT-Prozessintegration verlangen nach einer Data-Center-Lösung modernsten Zuschnitts. Die bisherige Speicherinfrastruktur der SFS Group hatte ihr Lebenszyklusende erreicht. Für uns der optimale Zeitpunkt, um die beste Technologie für alle Aspekte des Rechenzentrums zu evaluieren. Diese Technologie ist Voraussetzung für wachstum- und leistungsfähige Prozesse im ganzen Unternehmen. Bei der SFS Group im Visier die internen Bestellprozesse. Die Bereitstellung von neuen Serverkapazitäten nahm bis zu zwei Tage in Anspruch, da teamübergreifende Workflows nötig waren. Das Ergebnis des sorgfältigen Evaluierungsprozesses. Die SFS Group entschied sich für eine vollautomatisierte und integrierte Converged-Solution auf Basis von Hitachi-Hard- und Softwareprodukten sowie der Cloud-Technologie von VMware. Die konvergente Lösung hat ganz klar den Vorteil, dass Prozesse nun automatisiert ablaufen und die Ressourcen anderweitig eingesetzt werden können. Mit ihrer hohen Skalierbarkeit ist die Lösung auf Wachstum ausgerichtet und bietet der SFS höchstmöglichen Investitionsschutz. Das zeigt sich im Arbeitsalltag. Die Bestellung eines virtuellen Servers muss heute nicht mehr über viele Schreibtische gehen, sondern kann direkt automatisiert über das System erfolgen. Die dazu erforderlichen Prozesse wurden angepasst, um diesen Self-Service anbieten zu können. Das Ergebnis, was zuvor zwei Tage in Anspruch nahm und viel Manpower verschlang, kann nun innerhalb zwei Stunden von einem Techniker abgewickelt werden. Moderne Unternehmen wie SFS brauchen praxisbewährte Lösungen. Diese Lösungen sollen die IT unserer Kunden beschleunigen. Das realisieren wir durch eine geringere Komplexität und eine flexiblere, agilere Bereitstellung der Services. Hitachi Data Systems und VMware bieten diese Lösungen. Gemeinsam unterstützen wir mit unseren Know-how-Unternehmen auf dem Weg zu einem transformierten, vollständig virtualisierten Rechenzentrum. Der Erfolg unserer Lösungen ist auch immer das Resultat von erfolgreichen Partnerschaften. Zusammen mit unseren Geschäftspartnern wie VMware und LAN-Expert sind wir in der Lage, die hohen Anforderungen unserer Kunden kompetent und in höchster Qualität zu erfüllen. Die SFS verfügt nun über eine zukunftsfähige Lösung auf dem neuesten Stand der Technologie. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser konvergenten Lösung eine ausgezeichnete Basis für die künftige Entwicklung unserer Private Cloud geschaffen haben. Möglich wurde dies durch den unermüdlichen Einsatz aller Projektbeteiligten. Hier zeigt sich, wie wichtig gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit ist.